Servus Leute und willkommen zu einem neuen Börsen-Update auf dem FinanzWG-Kanal. Mein Name ist Liam und ich werde mit euch heute wie immer die interessantesten News durchgehen, die es heute zumindest schon gab. Und ja, wir fangen jetzt erstmal an mit den Leitindizes. Und zwar sieht man hier auch schon ganz deutlich beim Dow Jones, dass das neue All-Time-High bzw. die 30.000-Dollar-Marke nicht gehalten werden konnte. Das lag vielleicht daran, dass es jetzt doch noch nicht so klar ist, was mit den Impfstoffen passiert. Jedoch sieht es ja eigentlich ziemlich gut aus und gibt den Leitindizes auf jeden Fall deutlich Rückenwind. Man muss auch schon sagen, dass das hier natürlich ziemlich stark gepumpt ist, genau seit erst die Impfstoff-News rauskamen. Und ja, auch beim DAX sieht es eigentlich ziemlich gut aus. Im Gegensatz zum Dow Jones bewegt sich der DAX hier auch mal etwas mehr auf das All-Time-High zu. Wobei der Dow Jones ja das All-Time-High auch erreicht hat. Er konnte es lediglich nicht halten, also das ist natürlich auch schon recht gut. Und das DAX All-Time-High ist hier etwa bei 13.800 Punkten. Wir befinden uns bei 13.400. Ich bin dann mal noch gespannt, ob es dann diesen Widerstand hier durchbrechen kann oder daran nochmal abbounced in Richtung weiter nach unten. Das wird sich, denke ich, auch ein bisschen damit entscheiden, was jetzt mit den Impfstoffen passiert. Weil je nachdem, ob die Impfstoffe jetzt wirklich angewendet werden und jetzt zur extremen Verringerung der Corona-Zahlen kommt, dann werden wir natürlich bei den Indizes noch sehr starke All-Time-Highs sehen. Und ja, wo wir gerade bei All-Time-Highs sind, wollte ich nochmal einwerfen. Bitcoin hat gestern auf einigen Exchanges ein All-Time-High erreicht. Und zwar sieht man hier zum Beispiel auf Bitstamp wurde das All-Time-High von etwa 19.600 gebrochen. Und wir hatten gestern zwischenzeitlich dort ein Kurslevel von 19.860. Und das ist aber natürlich nur auf diesem Exchange hier gewesen, beziehungsweise auf einigen anderen Exchanges. Auf manchen, wie zum Beispiel Coinbase, ist der All-Time-High-Kurs bei etwa 19.890 gewesen. Und dieser wurde dann natürlich noch nicht gebrochen. Das heißt, es kommt auch ein bisschen auf den Exchange an, ob es dort jetzt ein All-Time-High gab oder nicht. Ja, dann wollte ich nochmal auf Impfstoffe eingehen, beziehungsweise auf eine Impfstofffirma. Das habt ihr sicher alle auch recht stark in den letzten Tagen mitbekommen oder auf dem Schirm. Aber ich wollte auch nochmal drauf eingehen. Und zwar haben wir hier bei Moderna wirklich in den letzten 1, 2, 3 Tagen extreme Kursentwicklungen gesehen. Man sieht ja hier auch, wir sind schon im Precast wieder plus 7% geöffnet. Und das finde ich schon heftig. Man hätte hier nämlich innerhalb von 4 Tagen schon 65% auf sein Geld mitnehmen können. Das bedeutet, wenn man 1.000 Euro investiert hätte, hätte man hier schon 1.660 Euro gehabt. Und das finde ich schon ziemlich stark, weil mit diesen Impfstofffirmen jetzt gerade, wenn man auf das richtige Pferd gesetzt hat, war es wieder sehr gut möglich, einen sehr, sehr guten Gewinn mitzunehmen in ganz kurzer Zeit. Dadurch, dass die Firmen, die halt jetzt ausgewählt wurden, also ja BioNTech auch etwas, aber Moderna hier auch ziemlich stark gepumpt sind. Gerade deshalb, weil sie halt jetzt große Aufträge für die Impfstoffe an Land gezogen haben. Ja, dann zuletzt nochmal zu einer News von Facebook. Und zwar hat Facebook ein Startup gekauft, das heißt Customer. Und dieses Startup ist mit etwas mehr als einer Milliarde Dollar bewertet. Das bedeutet, Facebook hat es ungefähr für diesen Preis gekauft. Und Customer stellt Kundenservice-Plattformen her. Das bedeutet, sie programmieren Chatbots, die sich besser oder beziehungsweise die besser auf Kundenwünsche eingehen können. Und ja, somit möchte Facebook seinen Kundensupport einfach stärken und ein bisschen mehr auf die Kundenwünsche eingehen. Ja, das war es zu den heutigen News. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like oder ein Abonemaar da. Ansonsten sehen wir uns zu einer Aktienanalyse oder dem nächsten Marktupdate. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.